Baukauf und Wiedergewinnung von Bausubstanz sind die drei Pfeiler, auf die sich das Einsatzprogramm 2020-2022 für den geförderten Wohnbau stützt. Insgesamt zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel sind heuer im Haushalt geringfügig höher als im Jahr 2019. Es sind insgesamt 133.371.000 Euro. Wir geben Beiträge für den Bereich Kaufbau und Wiedergewinnung, für den Bereich konventionierte Wiedergewinnung, ebenso für Ankauf, Erschließung, geförderten Wohnbau, immer geförderter Fläche und vor allem Beiträge an die Gemeinden. Wir geben Beiträge, die natürlich in Zeiten des demografischen Wandels immer wichtiger wären im Bereich Beseitigung architektonischer Hindernisse, ausgesetzt derzeit Vorschuss für Steuerabzüge. Also hier gibt es heuer auch keine Geldmittel und der Bereich Bausparen, auf den werden wir dann noch ein bisschen genauer eingehen und die Beiträge an das Wohnbauförderungsinstitut. Grünes Licht der Landesregierung für ein Zusatzabkommen zur Gemeindenfinanzierung, welches das erste Abkommen von letzten Dezember integriert. Das Land stellt den Gemeinden für die Finanzierung von Schulausspeisungen 6,6 Millionen Euro zur Verfügung. Weitere 545.000 Euro sind für die Bildungsausschüsse vorgesehen. Auch dieses Jahr gibt das Land Südtirol-Jugendlichen zwischen 18 und 28 Jahren die Möglichkeit, ihren freiwilligen Zivildienst von der Dauer zwischen acht und zwölf Monaten zu absolvieren. Die im Landesverzeichnis vorgesehenen Träger können ihre Projekte bis zum 5. Mai einreichen. Für das Jahr 2020 sind insgesamt 150 Plätze vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf etwas mehr als eine Million Euro.